Die Markenkupplung von Bosal ist einfach und sicher im Gebrauch. Sie wird leicht erreichbar von hinten gesteckt. An der grünen Farbmarkierung erkennen Sie nach dem Einrasten, dass der Kugelkopf richtig montiert ist. Mit zwei mitgelieferten Schlüsseln ist Ihre Kupplung abschließbar und so gegen Diebstahl geschützt. Die Elektrosteckdose ist auf einem starren Befestigungswinkel leicht erreichbar montiert. Sie ist auch bei Nichtgebrauch sichtbar. Bertelshofer bietet Ihnen unter anderem schnelle Lieferung, Paketverfolgung, TÜV-geprüfte Qualität mit ABE, Kaufaufrechnung und eine große Anzahl an Produktvideos.